Lassen Sie sich jetzt inspirieren! Edgar Perez ist ein gefragter Hauptredner, der vor tausenden von Top-Führungskräften auf der ganzen Welt in persönlichen und Online-Hauptvorträgen sowie in öffentlichen und unternehmensinternen Schulungsprogrammen Vorträge gehalten hat. Er hat vor einem angesehenen Publikum in Peking, Berlin, Boston, Chicago, Dubai, Hong Kong, Jakarta, Kiew, Kuala Lumpur, Lima, London, Miami, Naples Beach, New York, Santiago, Sao Paulo und der Scott Air Force Base gesprochen, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapur, Stockholm, Taipei, Warschau, Washington D.C., Johnsorn und Zibo und andere Wirtschaftsmetropolen. Zusätzlich zu seinen Vorträgen wurde Edgar in mehreren Medien vorgestellt, darunter CNN, CGTN, CNBC, Fox Business, Bloomberg TV, BNN Bloomberg, Channel News Asia, CNN in Español, Petersburg Channel 5, Sina Finance, CCTV China und China Radio International, The Street.com, TV Peru, The Korea Herald, Valor Economico, The Star, Kexin, China Daily, South China Morning Post, Sputnik Mundo und The Wall Street Journal. Bleiben Sie dran, um mehr über Edgar zu erfahren.